Ich bin Chris und herzlich willkommen bei UNICORN. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu den grundlagen videos was machen wir heute wir werden heute die gel nägel vom letzten mal auffüllen das heißt wir machen heute french also viel spaß dabei jetzt fangen wir an das french aufzutragen es gibt zwei möglichkeiten einmal mit dem pinsel oder einmal mit dem dotting stick dotting stick ist einfach nur dünne oder etwas dickere spitze mit einer kugel vorne dran damit kann man auch french auftragen manche kommen damit besser klar am anfang also wenn ihr aber wirklich anfänger seid versucht es erstmal hier mit anstatt mit dem pinsel mit dem pinsel ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig möchte ich mal sagen aber ich habe mich daran gewöhnt und habe es immer so gemacht also ich mache mit dem pinsel ich zeige es euch aber auch nochmal mit dem dotting stick vor müssen wir das ganze erstmal abcleanern weil wir haben jetzt wieder die schwitzschicht durch das aufbaugel drauf die entfernen wir jetzt einmal und mattieren das ganze mit dem buffer ganz kurz an falls noch kleine rubbel da sind durch irgendwelche durch irgendwelche staub einschlüsse können wir die jetzt hiermit auch nochmal weg machen und dadurch dass wir das an mattieren ist es so als wenn ihr wie auf papier zeichnen würdet macht das ganze relativ einfach so wie jetzt hier drei french fragen einmal ein natur french was bei mir im studio wirklich sehr gut ging also die hälfte der kunden hat es wirklich hat wirklich natur french genommen ein bisschen umrühren dann haben wir ganz normales farbgel dazu ist nicht viel zu sagen farbgel ganz normal natürlich könnt ihr auch schellack nehmen als french haben wir jetzt den den wir letztes mal komplett als nagellack hatten vielleicht nehmen wir den probieren es erstmal aus was am besten gefällt wir fangen mit dem natur french an und zum dotting stick nimmt erstmal die kleine kugel am besten um euch dran zu gewöhnen tunkt das ein nehmt euch so ein tropfen mit und dann fangt ihr vorne an an der spitze und arbeitet euch dann so langsam also ihr schiebt das gel langsam in die ecken wo es braucht wirklich gucken dass ihr eine schöne smile line kriegt dass die linie wirklich lächelt dass das nicht so zackig aussieht sondern wirklich eine schöne als tipp könnt ihr euch einen tipp nehmen weil das ist auch genau dieselbe form die ihr braucht also ihr könnt euch das so ein bisschen als als anhaltspunkt nehmen zur french breite ihr müsst jetzt natürlich gucken dass hier unter den ansatz des naturnagels kommt und ungefähr noch ein bisschen weiter damit der nagel auch wachsen kann und der kunde nicht direkt in den ansatz durch sieht ungefähr so ein zwei millimeter mehr das dürfte so für drei wochen reichen ungefähr und ja dann sollte fertig ihr macht am besten ihr macht am besten jeden finger einzeln zum anfang ihr müsst ihr natürlich gucken was ihr für ein friendship wenn ihr ein schneeweißes friendship das verläuft meistens schneller oder so ein farbgear das verläuft meistens schneller da wirklich wirklich nur ein finger machen ansonsten könnt ihr wenn ihr schnell seid auch zwei finger machen sonst verläuft zu stark irgendwann jetzt zeige ich euch mal die pinsel variante ähnlich wie beim dotting stick schiebe ich mir hier das gel dahin wo ich es brauche dann kommt mit dem mit der hand in das gel rein zum schluss falls ihr hier noch so stellen habt nehmt einfach noch mal ein bisschen farbgear und geht da drüber und verschlichtet das ganze so beim schellack darauf achten dass ihr nicht zu dick auftragt da müsst ihr wirklich gucken dass es dünn macht sonst habt ihr probleme mit der aushärtung nehmt euch einfach den pinsel streift das ein bisschen auf eurem pinsel ab also den pinsel aus dem fläschchen und streift das ein bisschen an eurem pinsel ab und dann könnt ihr auch schon direkt auftragen das ganze könnt ihr natürlich genauso mit dem dotting stick machen gucken dass ihr es möglichst dünn macht nicht zu dick 346 minuten später so nach langer diskussion haben wir uns jetzt für mint grün entschieden das heißt die anderen farben kommen kommen ab und dazu einfach ein bisschen cleaner und wischt die farben wieder weg also auf keinen fall aushärten lassen sondern hat dann gleich ein problem sonst könnte das ganze wieder abpfeilen und ja den nehmen auch mal wieder weg weil das schon ein bisschen verlaufen und wenn ihr das abgekleinert habt geht nochmal kurz mit dem buffer drüber und dann können wir loslegen mit dem french ich zeige es euch jetzt noch einmal mit dem dotting stick eintauchen und dann auf den nagel millimeter unter den naturnagel ansatz und dotting stick hat man oft das problem dass man zu viel aufträgt also da müsst ihr ein bisschen gucken so das ganze schön verschlichten dann wenn ihr euch sicher seid gucken hier vielleicht nochmal mit dem finger weg machen wenn was offen auf die haut gelaufen ist und dann rein in die lampe auch beim french ist es wie beim aufbau gel lasst die kunden den zeigefinger am besten einzeln rein tun genauso wie der daumen der kommt auch einzeln in die lampe rein das kommt natürlich immer aufs french an aber es ist ein besseres härtungsergebnis wenn ihr die beiden einzeln in die lampe legen lasst so jetzt kommt das aufbau gehen wir sind mit dem french fertig wie beim letzten video ich werde euch das natürlich hier nochmal verlinken und wie beim letzten mal aufbauen so wir haben das aufbau jetzt aufgetragen wir werden das ganze jetzt nachfallen beim nachfallen und french müsst ihr darauf achten dass ihr den french jetzt nicht weg fallt ganz wichtig also wirklich vorsichtig an den rändern fallen und ansonsten dasselbe wie letztes mal schöne zähl kurve herausarbeiten und falls gel auf der haut ist das natürlich auch wegfallen so das war es auch schon mit den grundlegenden technik videos von mir das nächste mal werden wir auf die feinheiten eingehen wie zum beispiel wie feile ich richtig die richtige nagelform oder noch genaueres zur c kurve ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja gerne sharen teil liken und dann würde ich mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wiedersehen euer chris wir haben bei dir wir haben bei dir wir haben bei dir UNTERTITELUNG